Hallo! Nächste Episode und der erste Kill. Es ist einfach Action... Ne, es ist nicht First Blood, weil... ...Lul...Fabi... ...Lul! Okay, es geht wieder los. PTSD. GG. Ich glaube, ich habe genügend Holz. Ja, ich habe zwei Gravel. Nice, und zwei Flint. Fabi, Fabi, Fabi! Spieler! Ich seh's. Ich mach Portion auf Zwift, ne? Ich potte, äh, Strength. Er schießt? Ja, ja, ja. Ich lass ihn... Ich lass... Ich geh ran. Ich potte, Strength. Ah, er hat Firestrex. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich bin tot. What? 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 Wolf! Oh mein Gott! Der hat so'n'n Hund. Wow. Wow, actually wow. 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 Oh no. Oh man. Egal, du hast Advantage von Potions. Ach man, jetzt bin ich toxic. Ich an deiner Stelle auch. Man, instant tot. Was machst du denn auch? Ja, True, was mach ich denn? Nee, dir, dir. Bitte keine Spieler. Bitte keine Spieler. Bitte keine Spieler für mich. Ich... Schaust du mir jetzt zu? Mhm. Okay. Äh, okay. Ah, ja. Ähm, nimm ein Holz. Spraide halt Pfeile und... Sei ruhig, du bist tot. Nein, sch... Okay. Ich hab genug Äpfel. Goldäpfel. Ich hab sieben Stück. Das sollte genügen. Nein, mach mehr. Du kannst nicht genügend haben. Verwend das, Gold. For real. Lohnt sich halt. Lohnt sich halt. Okay, von da kommt mein Gegner, wenn einer kommt. So. Ähm. Ich denke, ich werde nicht mehr enchanten. Oh, ich könnte einen Amboss craften. Mach ich jetzt. Ich hab 16 Level, da kann ich bestimmt noch was mitmachen. Yes. Hat er einen Enchanter? Ja, hat er. Nice. Kannst du nicht in die Kiste schauen? Doch, aber... Ja. Ähm. Ich hab irgendwas anderem gelacht. Oh, 30 Gunpowder. Maybe kannst du damit was anfangen. Nein. Raketen. I mean, Raketen sind underwhelming. Wenn ich es so klein habe, dann ist es auch ein beweglohn. Das nicht so hart ist, denn TanerExter ist eben noch nicht ohne Wind. Letzt kann ich jetzt gleich noch spieg beneficial. Ich уб intention habe. Dass man zu offen ist und am Mannpunkt weiter unten. Ist normal, was es über 20 oder attorneys? Wenn wir wieder bei der Durchsgemeinen und um den Ägriben dass70 Haupt drum. Mit dem Sprich aus grundsätzlich noch dein ganz deutlich ist, stelle mich abinsortt am Entsch Pharaoh. Actually, glaube ich, dass du recht gute Chancen hast mit den Potions. Äh, hast du nicht ein Schwert? Ah, hier. Ein Schwert. Ich sehe eine Kiste, nicht nur ein Schwert, keine Ahnung. Ähm. Hä? Okay. Ja, also, wie viel Gold hast du? 10. Ähm, ein bisschen noch. Aber nicht mehr viel. Das ist ein bisschen. Ich mach jetzt erstmal ein Diamond Boots, I guess. Wait, warum hast du keinen Kill? Weil, äh, du hast Fabi getötet. Ich hab Fabi gekillt? Ja. Oh. Und dann hat der Wolf nicht gekillt. Das hab ich actually gar nicht mitbekommen. Oh boy. Ich muss mir noch Stärketränke machen. Äh, okay. Ich nehm mich noch irgendwas mit. Wie viel Gaps hast du? Sieben. Ja. Wie viel Gold? Fünfzehn. Ja, okay. Dann lohnt es sich actually nicht. Schön. Wie viel? Nimm vielleicht noch einen zweiten Wasserheimer mit. Nee. Bücher? Knochen nehme ich mit. String brauche ich nicht. Ich nehm den Anvil noch mit. Mehr nicht. Der Enchanter liegt da noch, ne? Enchanter brauche ich nicht mehr. Okay. Gut. Du sagst so. Meine Metall ist komplett voll. Okay. Done. Alles voll mit mit. Äh, Potions oder? Teilweise ja. Äh. Okay. Okay. Haha. Okay. 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 Ähm. Ich hab das auf Kamera. Hahaha. Äh. Oh. Was hat dir das Pferd getan? Wo rennst du eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Ähm. Ich such deinen Skill. Anger Joke. Richtig geil. Oh, da kommt die Bo... Achso. Ich hab noch Zeit, ne? Ja. Keiner. Ähm. Ich hätte die Dings mitnehmen sollen. Hä? Ist dein Inventar nicht voll? Was willst du dann brauchen? Stärke Tränke? Wie viele hast du? Einen. Äh. Okay. Ist dein Inventar nicht voll? Was? Ist dein Inventar nicht voll? Keiner, ne? Aber... Stärke Tränke gehen immer. Okay. Ich kann ja jetzt die Glitterly Melon, kann ich halt wegwerfen mittlerweile. Soll ich... Ich trink zuerst einmal die Swiftness, ne? Als allererstes, wenn ich einen Gegner sehe. Äh. Ja. Kommt halt der Gäste drauf an wie nah, aber... Ja. Das stimmt schon. Äh. Zack. Okay. Ich kann mir noch doppelte Anzahl an Pfeilen machen. Glowstone Pfeile. Hä? Achso. Sag das doch. Die World Border darf sich jetzt nicht bewegen. Die World Border darf sich jetzt nicht bewegen. Die ist doch so nah an der Border. Ja, ich will halt möglichst weit weg von dem Spieler sein. Oh no. Es wird Nacht. Ich hab echt gleich keinen Bock draußen rum zu laufen. Geschlafen hast du das Bett nicht mitgenommen? Nein. Dann geh zurück ins Dorf und schlaf da. Äh. Redstone kann ich wegschmeißen, I guess. Äh. Genauso wie Blaze Rods, die werde ich nicht mehr brauchen. Äh. Lappes werde ich nicht mehr brauchen. Äh. Oho. Hehehehe. Borda. Monka es. Schreibt es in die Kommentare, werdet ihr es noch rechtzeitig schaffen. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht renne ich jetzt gleich kurz ins Dorf und geh da halt hin. So. Goldäpfel kommen hier hin, das kommt da hin. Wie einfach das ganze Brauzeug so wegwirft. Verbrennst du das dann auch? Nein, das wird gleich außerhalb der Border sein. Verbrennts lieber, for real. Hä? Wer soll da jetzt noch kurz kommen und mir das absnacken? Achso, hä? Ich geh halt auf Nummer sicher, what the fuck. Hä? Dann warte ich so lange jetzt. Ja, jetzt? Ich glaube das ist hier stimmt. Nein. Ich bin hier. Aber faul. Oh. 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 Cringe, wenn ich trifft. Du weißt, du weißt schon zu was das vorhin geführt hat, ne? Ja. Da ist keine Sinterbettnung mehr. Pepejager, no game knowledge. Pepejager, Pepejager. Pepejager. Oha, Bomster Lava. Why would anyone do this? Was guckst du so? Oh. Oh. Was ist das für ein Donkey? Er hilft dir, er blockt die Tür. Oh, gut. Oh man. Oh. Hast grad die Schuhe noch gesehen? Die da waren. Ja dann. Geh rein da. Geh rein da. Okay. Warum hab ich immer noch Partikel? So Strength Partikel. Visual Bug. Oh, jetzt hat sich einer hoch gebaut, oder was? Na ja, die guten alten Skyblock Seasons. Oh man. Hab ich sie vermisst, alter. Oh man. Oh. 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 Das sind vor allen Dingen wie Sonic und Noob Soul. Und halt bauen die da grad? Da wird gebaut. Okay. Um wie viel Happy... Okay. Ich wette um Happy Meal, ob ich da treffe oder nicht. Was... Was entscheidest du? Ähm. Also Happy Meal... Ich wette Happy Meal, dass du nicht First Shot triffst. Ja, okay. Das ist klar. Ja, wow. Okay. Das ist Noah, der sich da hoch baut. Okay, das sind alle Spieler zusammen. Alle hier. Weird, dass so früh schon alle aufeinander sind. Das ist schon Final Fighters. I mean, von Noah hab ich glaube ich am meisten Respekt. Ja. I mean, die anderen sind zu zweit, aber... Ja, aber... Das ist bei Noah. Ja, ja. I mean, das ist Noah. Okay, die schießen. Weiß so, okay. Ich dachte, er ist gestorben. Soll ich mich hier hoch bauen? Wenn du sterben willst. Meine Pfeile. Okay, ne. Oh, sheesh. Sehe ich da. Okay, das ist der Endkampf. Digga, nein. Jetzt wird abgestaubt. Und runtergeflogen. Ja, moin, Dirty Cleaner. Ja, den schnapp ich mir. Wow, okay. GG, I guess. Komm, hast du alles raufgepottet? Ja, ja. Ja, okay, dann. Oh, oh, oh. Gigi. Oh, my God. Es sah halt so easy aus einfach. WTF! Ich hab noch so viel Zeug. Guck dir das an. Er konnte einfach nicht mehr in den Prozess gewinnen. Kommt ihr meine Tränke? Ich hab noch sieben Gold, ey. Ey, diese Tränke da wegzuwerfen ist doch der Ultimate Disrespect. Er hat nen Fernraum. Wo ist der Skill? Wo ist die Challenge? Oh Mann. Was hat die Heiliggegen? Und du stehst da im Boden. Aber ich würde sagen, GG. Du musst noch downpointen, ne? Daran hatte ich gedacht, dass ich mal so Emotes, es gibt ja dieses Fortnite-Dancen, das einfach so ein Downpoint hat. So im Dark Souls-Dale. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Den sehen wir uns im nächsten Season. Danke, Kevin, für's mitmachen. Und bis denn. Tschuuu. Tschüss. Tschüss. Tschüss.